Auch nix, wo ich hier bin, in den Mühlen, das gibt hier so viel Material, das ist der kranke Scheiß. Ihr müsstet eigentlich alle drei hier hervorrufen und fahren. Ihr kriegt hier Kohle ohne Ende, Potassium, ähm, ähm, Led und Eisen. Das ist der Wahnsinn. Also entweder trollt mich einer oder ist, ich weiß es nicht, sind da, wo ich die Bäume alle abgefällt habe, schon wieder Bäume? Was? Admin schreiben. Das ist kein Spieler in der Nähe bei dir, dann irrst du dich vielleicht. Ich renge gerade diesen Strich, den ich abgeholzt habe, wieder zurück. Oder hier sind irgendwo noch Zepplings, die ich einfach nicht sehe. Das wäre auch denkbar. Ich bin voll. Das wäre auch denkbar. Das wäre auch denkbar. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß nicht wo sie ist, die ist irgendwo bei diesem eingestürzten Haus, wo ich gerade Gras weggekloppt habe Ach ja. Oh Okay, voll gefressen ist er Holz und Stein habe ich jetzt erstmal genug, auf jeden Fall Also wenn ihr noch Steine braucht, sagt Bescheid Ja, das geht erstmal, was jetzt Wie gesagt, Eisen und Naja, klar Da kommt ein X wie gesagt Da ist sie gestorben Jetzt bin ich erstmal hier beschäftigt Was ist mit ihr? Wir haben ja auch so weit jetzt eine Kaste angesagt Ne, draußen die Alterslauch gestorben Können wir uns mal ein bisschen was mit So Oh Achja Döt man Was denn Döt mit meiner Spielfigur Statt was in den Slot reinzupacken, schmeiß das weg Ja Ja Mikrofon muted Nö Tun sie nicht Reicht irgendwas Ja, ich sah ja, da sind Kreiche alten irgendwo Ja, ich glaube, das was gerade gekreicht hat, ist gerade an irgendeiner Spike gestorben Ja, das ist das zweite, eben jetzt auch werden müssen So, was kann man denn hier bauen Könnte es eigentlich mal nach oben kommen Ja, ich? Ja Warum? Mal den zweiten Turm angucken Mal den zweiten Turm angucken In Licht ist eine Falle Nein, absolut nicht Ganz wegen der Mikrofon muted Ähm, Kev ganz einfach, weil ich ja schon während ich gestreamt bin einfach da reingezogen wurde und deswegen Sie ist gleich eh offline, von daher passt das schon Mikrofon activated Den ersten hat er ja auch noch gar nicht gesehen Recht entzündet Den draußen stehenden Turm oder den, äh, innen stehenden Turm? Hoch die Die zwei Türme Sieht aus wie in einer Gefängnisfestung Bin auf dem zweiten I see, I see Oh, 22 Uhr Warum hab ich denn keine Mucke bekommen? So, und wo ist die Alte jetzt verreckt, die Müsse? Ich hab so kommen, aber recht leise Irgendwo hier vorne verreckt sein Ich glaub ich seh die Spikes, die muss ich nachher reparieren Ich glaube das, ja genau, das Dach war, äh, also die, die Luke war unlockt Ich hab's nicht gehört Das ist rein theoretisch bei den neuen Turmen Es ist rein theoretisch bei den neuen Turmen Gibt es eigentlich auch sowas wie eine Steel-Axe? Also eine Stahl-Axe? Ja, eine Stahl-Pick-Axe. Wollte ich grad sagen, es gibt wahrscheinlich nur eine Stahl-Pick-Axe, oder? So, ja, aber achso, du hättest wissen, ob es auch eine Stahl-Axe gibt. Ne, die gibt es natürlich nicht. Ist der gerade auf mich hier, oder was? Bitte? Mit seiner Schnadel-Pistole hier durch die Gegend und schießt. Ja, ich mach hier unten jetzt die Dinger, die, die, wo ich äh, vorhin schon gemacht habe. Oh, ich dachte, du kommst mal hier hoch. Ich hab da die doch schon von außen gesehen, das reicht doch. Hey, du sollst mal hochkommen. Ich bin nicht schwindelfrei. Du hast irgendwas vor, wenn du schon sagst, komm mal hoch, anstatt dir so ein Unteranzug... Ne, dann geh doch selber mal hoch, komm jetzt unten. Ja, wenn's Tag ist, mach ich das mal. Dann kann ich mehr sehen. Im Dunkeln ist, äh, ich bin nachtblind. Ja, geile Ausrede. Ja, was denn? Ja, geile Ausrede. Your skill in miscrafting is now 88. Your skill in miscrafting is now 89. 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 Ich hab ne Ski-Brille gefunden, ne? Wow. Last-Christ-Miss. Wir spielen da mit so einer Taschenabführung. Na, wer könnte das wohl sein? Wir spielen da mit so einer Taschenabführung. 40, 50. Kommt ja gut was bei zusammen. Suchst du was, du Katze? Du Katze? Ach, im Real Life. Ich hab jetzt gedacht, hä? Seit wann haben wir denn hier drin Katzen? Ich kann das Krappen, die ist eh fast schon... ... Okay. Jetzt gleich erstmal mit der bloßen Hand ein bisschen Gras abkloppen gehen, um eine Wellness dazu zu steigern, wegen der Heels und sowas. Schakalaka-laka-laka-boom, schakalaka-boom-cha-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. Schakalaka-laka-laka-boom, schakalaka-laka-boom-cha-tik. Chakalaka Motherfucker, ja ne ist klar Weißt du Bescheid, das ist der Kampfschrei Nummer 1, Chakalaka Motherfucker Weißt du Bescheid, würde ich mal sagen So 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 So